B&B Hotels In B&B Hotels geht es heute wild her. Wir haben ein mächtiges Problem, Berke. Ja, Bruder, was los, Carina? In Zimmer 208 befindet sich noch ein Wrestlergeist von 1984. Dann um, chill mal. Superstar Graham ist doch eingetragen, Mann. Aber für Zimmer 209. Oh, nein, Bruder, aber wer bekommt Zimmer 208? Hallo, ist mein Zimmer bereits fertig? Justin, Dimitri. Ja. Ihr müsst den Geist von Zimmer 208 in 209 versetzen. Ei. Äh, habt ihr gerade Geist gesagt? Lass mich klopfen, ich habe sehr feine Hände. Wer wagt es zu stören? Äh, Zimmerservice? Schwöre, Bruder, was brauchen die so lange, Mann? Äh, ich kann auch ein anderes Zimmer nehmen. Ich rufe mal kurz an. Und wie sieht's aus? Unkooperativ. Carina, halt der Anwalt nur für ein paar Sekunden länger auf. Habt ihr gerade der Anwalt gesagt? Äh, ich bin ihr größter Fan. Machen sie das mit der Stimme absichtlich? Habt ihr das Zimmer auch wieder aufgeräumt? Oh.